Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an unsere Freunde des Schuh-wie-du-Kanals. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, natürlich habe ich mir wieder ein tolles Thema herausgesucht und diesmal geht es sozusagen, man hat sie schon mal gesehen oder man irgendwo, doch, irgendwo im Schuhladen fallen einem die kleinen Dinge auf, die mit dem Klettverschluss. Warum es den Unterschied zwischen einer und Doppelklett gibt und welcher für beide oder welcher generell für Füße vielleicht sogar das Bessere wäre? Das erkläre ich euch jetzt im Laufe des Videos, weil man muss ja schon sagen, mit dem Klettverschluss ist ja eine feine Sache, vor allen Dingen, wenn es dann auch die kleinen Kids alleine machen können. Aber wir wissen auch ganz genau, da kann sehr viel falsch gehen und das möchte ich euch dann nachher auch mal zeigen. So, die Einleitung war's. Wir machen weiter im Text, weil ihr seht, ich habe schon mal wieder vier Beispiele herausgeholt. Dazu musste ich allerdings schon ein bisschen tief in meine Trickkiste greifen, weil so viel Einklettschuhe haben wir hier in unserem Angebot nicht, weil wir eben halt wirklich auch gemerkt haben, im Punkto von Passform, Passgenauigkeit und Einstellen auf den Fuß, muss ich sagen, gewinnt der Doppelklett gegen den Einfachklett. Der Einfachklett hat nur die große Funktion bzw. den großen Vorteil gegenüber dem Doppelklett, dass es für Kinder eben halt einfacher zu handeln ist. Ich habe ja auch nur einen Klettverschluss. So, dadurch, dass aber Kinder nicht die Verschlüsse so fest zumachen, wie wir Erwachsenen, ist es alleine schon mal ein bisschen schwierig für ein Kind, wenn es so wie hier ein Klettverschluss ist, der nur umgelegt ist. Und da gibt es also verschiedene Firmen in Deutschland, die diese Produktion oder diese Art des Verschlusses anbieten, insbesondere im Laufanfängerbereich. Und da muss ich dann wieder für meine Person sagen, bin ich absolut kein Freund davon. Weil es ist wichtig, egal in welcher Weite mein Kind oder Größe mein Kind unterwegs ist, ein Schuh sollte passen. Das ist immer das A und O. Und passen heißt für mich als Fachfrau, er sollte nach Möglichkeit gut am Fuß anliegen. Ich betone noch mal gerne dazu, es hat nichts mit Einquetschen zu tun, sondern es hat wirklich was mit Anliegen, mit der Passform zu tun. Wenn mir das nämlich egal ist, brauche ich keine Schuhe kaufen, kann ich irgendwas anderes nehmen. Da brauche ich auch auf Passform gar nicht zu achten, sondern da ziehe ich meinem Kind irgendwas 0815 von der Stange an und kümmere mich im Grunde genommen gar nicht darum, ob der Schuh jetzt sitzt oder nicht. Dadurch, dass es aber die meisten Eltern halt interessiert, muss ich sagen, ist das für mich immer die schlechtere Lösung. Ganz einfach. Wenn wir Kinder beobachten, wenn sie einen Schuh zumachen, dann kriegen sie das mit dem Aufmachen natürlich super toll hin. Ein Ratsch und das Ding ist auf. Wenn Kinder einen Schuh zumachen, so, wird draufgepappt, Ding klebt, ist zu, laufen los. Wenn wir jetzt aber hier das Problem haben, oder ich sage mal, wie es jetzt hier schon aus dem Modell heraus hervorgeht, wir hätten jetzt ein schlankes Füßchen hier drin, dann könnten wir hier also ganz schnell herausschluppen, weil der Fuß hätte gar keinen Rückhalt. Also wieder nicht so gut. Besser, wenn auch nicht ungleich besser einzuteilen, sage ich jetzt mal von der Weite her, sind dann also wirklich die mit der Öse an der Seite. Ganz einfach, weil ich hier einen ganz anderen Zug drauf habe, ich den Schuh viel, viel besser regulieren kann von der Weite her. Egal, ob ich hier was auflasse, ganz einfach, weil das Kind einen hohen Spann hat oder ob ich etwas mehr ziehen muss, weil der Fuß dann doch nicht ganz so hoch ist, dann kann ich das hier problemlos machen. Allerdings ist der Verschluss ja nicht alleine das Kriterium oder Hauptkriterium, ob ein Schuh gut am Fuß sitzen würde. Das hat dann wiederum mit der Passform und dem Leisten beziehungsweise mit der Breite des Schuhs zu tun. Aber das soll jetzt ja bloß mal, ich sage mal, der optischen Verständigung dienen. Und ich möchte auch Eltern dafür sensibilisieren, bitte diesen, ich will nicht sagen Quatsch, aber für mich ist es so ein No-Go, dass man einen Schuh mit einem Klettverschluss kauft und sich dann wundert, wenn mein Kind nicht ordentlich läuft. Weil das ist nämlich meistens der Grund dafür. Mein Favorit generell, immer bei einer Anprobe, sind also die Doppelkletter. Wie man hier wunderbar schön sieht, ich sage, ich habe hier mal einen typischen Vertreter für die schlankeren und einen typischen Vertreter für die breiteren Auftritte herausgesucht. Und hier habe ich eben halt mit zwei wunderbaren Modellen zu tun, wo ich einen schönen breiten Klettverschluss habe, den ich auch ziehen kann. Damit kann man ihn besser regulieren, auch festmachen. Und ich kann ihn natürlich auch weiter einstellen, sofern es der Spann hier oben benötigt. Was man hier unten jetzt nicht verstellen kann, was der Laie jetzt vielleicht nicht so sehr sieht, hier unten habe ich keine Verstellmöglichkeit, weil hier ist sozusagen der Schaft am Blatt festgenäht. Das heißt, wenn mein Kind mehr hier Platz braucht, kriege ich den Schuh gar nicht weitergestellt. Aber das ist ja dann etwas, was wir sozusagen im Zuge einer guten Fußberatung den Eltern erklären oder auch zeigen können. Und darauf sollte man schon achten, weil man sollte ja den Fuß bei einer Anprobe immer dreidimensional sehen. Nicht nur die Breite und nicht nur die Länge, sondern auch die Höhe. Und deswegen, liebe Eltern, gebt fein Acht, was ihr euren Kitties an die Füße bringt. Ich denke mal, es ist einfach und simpel nachzuvollziehen, warum man einem Doppelklett eindeutig den Vorteil oder dem Vorzug geben sollte, weil er hat seine Vorteile. Und weil man nach Möglichkeit, auch wenn es toll aussieht und putzig, es gibt wirklich wunderschöne Modelle, ich will sie ja nicht alle verunglimpfen, aber für mich macht das Ganze als Schuhfachfrau wenig Sinn, wenn ich so wie hier nur einen Klettverschluss habe, den ich im Laufanfängerbereich nur umlegen kann. Das heißt, selbst hier muss ich ja, wenn ich dem Kind den Schuh anziehe, ich muss den Schuh fixieren samt Fuß, heißt also ein bisschen festhalten, nicht verdrehen oder verkrampfen oder wie auch immer, was da manchmal schon geschrieben wurde oder gemutmaßt wurde, sondern wir halten das Füßchen sanft fest mit dem Schuh und dann wird sozusagen der Fuß oder der Klettverschluss schön um den Fuß herum gezogen. Ja, weil das ist die große Kunst. Wenn ich es nicht herumziehen kann, macht es für mich keinen großen Sinn, so ein Schuhchen zu kaufen, wenn es nicht die Funktion erfüllt oder nur zum Teil seine Funktion erfüllt. Also, bitte mehr Obacht geben, was ihr euren Kindern demnächst kauft, wie es aussieht, wie es sitzt und vor allen Dingen, wie es sich schließen lässt. Das wäre toll. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, danke unseren herzlichsten Abonnenten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gleich wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.